Zwei und rufe die Fragestunde auf. Nun können mündliche Fragen an den Senat gerichtet werden. Die Fragen müssen ohne Begründung kurz gefasst und von allgemeinem Interesse sein, sowie natürlich auch eine kurze Beantwortung ermöglichen. Sie dürfen nicht in Unterfragen gegliedert sein. Ansonsten werde ich die Fragen zurückweisen. Zuerst erfolgen die Wortmeldungen nach Stärke der Fraktionen mit je einer Fragestellung. Nach der Beantwortung steht mindestens eine Zusatzfrage dem anfragenden Mitglied zu. Eine weitere Zusatzfrage kann auch von einem anderen Mitglied des Hauses gestellt werden. Für die erste Frage rufe ich einen Mitglied der Fraktion der SPD auf und bitte an das Redepult zu treten. Nachfragen werden bitte vom Sitzplatz ausgestellt. Frau Kollegin Spranger, bitteschön. Ja, herzlichen Dank. Ich frage den Senat, welche Planungsabsichten verfolgt der Senat mit dem Gelände am Checkpoint Charlie, dessen Bebauungsplanung der Senat an sich gezogen und ein sogenanntes LOI, Latter of Intent, mit einem Investor abgeschlossen hat. Frau Kollegin, äh, Frau Senatorin Lombscher hat das Wort, bitteschön. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Spranger, meine Damen und Herren, es ist ja schon seit Längerem öffentlich bekannt, was das Land Berlin mit dem möglicherweise designierten Eigentümer seit einiger Zeit verhandelt. Die Interessen des Landes Berlin bei der Verhandlung beziehen sich insbesondere darauf, für diesen besonderen Gedenk- und Erinnerungsort eine angemessene Ausgestaltung zu finden, den öffentlichen Raum in hoher Qualität zu gestalten und dem Ort, der ja derzeit sozusagen vorwiegend touristisch genutzt wird, auch eine Alltagstauglichkeit zu verleihen, dass dort also Wohnungen errichtet werden, auch ein Anteil förderfähigen Wohnraums errichtet werden, dass dort die Gewerbe so organisiert werden können, dass dort auch kleinteilige wohnungsnahe Versorgungsmöglichkeiten bestehen. Das ist im Groben sozusagen das, was Gegenstand der Gespräche mit dem Investor ist. Das ist das, was in die künftige Bebauungsplanung einfließen soll. Der Bebauungsplan ist ja zunächst erstmal nur aufgestellt. Es hat eine frühzeitige Bürgerbeteiligung dazu gegeben. Es hat im Sommer ein, nachdem die Unterschutzstellung des Areal-Checkpoint Charlie unter Denkmalschutz erfolgt ist, ein Workshop-Verfahren gegeben, das mit dem Investor und dem Land Berlin gemeinsam sechs konkurrierende Büros aufgefordert hat, auf den Grundlagen, die ich eben geschildert habe, mal städtebauliche Visionen zu entwickeln. Nach meinem Eindruck ist insbesondere dieses Workshop-Verfahren und die anschließende Ausstellung Auslöser dafür gewesen, dass wir eine breitere öffentliche Debatte über die Ziele, die Planungsziele an diesem Ort haben. Diese Debatte ist, wie Sie wissen, nicht abgeschlossen, sondern es müssen folgen, die nächsten Schritte im Bebauungsplanverfahren. Wir bereiten die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vor und werden sozusagen alles dafür tun, dass wir parallel zu den Regelungen um die Eigentumsfrage auch planungsrechtliche Sicherung der Interessen des Landes Berlin haben werden. Frau Kollegin Spranger, Sie möchten eine Nachfrage stellen? Dann bekommen Sie das Wort. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, Frau Senatorin. Ist das dann auch das mit dem Investor im LOI verhandelte, ist das der Inhalt, was Sie jetzt gerade dargestellt haben, oder geht das jetzt schon drüber hinweg? Bitte schön, Frau Senatorin. Na, in diesem Letter of Intent, den man ja am Anfang eines gemeinsam zu gehenden Weges abschließt, sind die jeweiligen Interessen markiert. Der Investor hatte ein Interesse sozusagen, eine gewisse Baumasse sozusagen zu sichern. Und für das Land Berlin ist es absolut entscheidend, was passiert mit dem öffentlichen Raum, was passiert mit dem Museum, was passiert mit Wohnungsbau und anderen Nutzungen jenseits touristischer Nutzung. Vielen Dank. Dann hat die zweite Nachfrage der Kollege Buchholz von der SPD-Fraktion. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Senatorin, Sie hatten die umfangreichen Diskussionen in der Stadtgesellschaft über die Gestaltung und auch Nutzung des Areals angesprochen. Wie bewerten Sie denn die immer wieder aufkommenden Diskussionen über die Eigentümer, deren Verpflichtung und die Transparenz dessen, was dahinter steckt? Also, zu Letzterem fühle ich mich nicht berufen, weil ich Stadtentwicklungssenatorin bin und dafür da bin, städtebauliche Ziele des Landes, der Allgemeinheit, der öffentlichen Hand sozusagen transparent zu sichern. Ich glaube, das städtebauliche Entwicklungsverfahren, das ist transparent und das hat auch erstmal für eine Öffentlichkeit gesorgt und für ein gewisses Bewusstwerden dafür, dass an einem Ort, den wir, ich sag mal, die welthistorische Bedeutung bestreitet niemand und trotzdem hat es über einen langen Zeitraum, sagen wir mal, ein mangelndes Interesse daran gegeben, ob eigentlich die derzeitige Situation angemessen ist, dieser Bedeutung des Ortes. Also, diese Transparenz herzustellen, dazu bin ich erstens verpflichtet und dem fühle ich mich auch verantwortlich. Was die anderen Fragen angeht, habe ich dafür keine Kompetenzen. Was ich aber glaube, ist, dass es wichtig ist, dass wir an einem solchen Ort mit Partnern zusammenarbeiten, wo es keinen Anschein eines bösen Scheins gibt. Vielen Dank. Dann kommen wir zur zweiten Frage von der CDU-Fraktion jetzt und Frau Kollegin Seibelt hat das Wort, bitteschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Regierenden Bürgermeister, Sie haben in Ihrem Senat eine Bildungssenatorin und einen Justizsenator, die sich beim Kopftuchstreit öffentlich widersprechen. Der Justizsenator kommentiert unzutreffend das Urteil des Landesarbeitsgerichts und verpasst anschließend der von der Bildungsverwaltung beauftragten Anwältin seranatisch einen Maulkorb. Wer hat in Ihrem Senat eigentlich das Sagen? Das antwortet Frau Senatorin Scheeres, bitteschön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, Sie haben ja diese Woche mitbekommen, dass wir wieder ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht hatten in Bezug auf das Tragen des Kopftuches, und hier ist ein Urteil ausgesprochen worden. In der ersten Instanz hat das Land Berlin einen Sieg sozusagen erhalten. In der zweiten Instanz ist ausgesprochen worden, dass wir in Revision eintreten können. Wir befinden uns vor dem Arbeitsgericht und es ist üblich, dass man sich sozusagen die Auslegung, die schriftliche Auslegung anschaut. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, in Revision zu gehen. Und das werden wir uns auch vorbehalten. Wir werden aber die Auswertung auch betrachten. Und das ist genau das, was Frau Artisch auch öffentlich kommuniziert hat. Das ist das auch, was wir kommuniziert haben. Das hat überhaupt nichts mit einem Maulkorb oder irgendwelchen Dingen zu tun. Das ist eine ganz Selbstverständlichkeit. Jetzt zu der Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit. Hier kann ich ganz klar sagen, hier ging es darum, der Justizsenator hatte ja einen Facebook-Kommentar abgesetzt, was ich so in der Form als Senatorin nicht getan hätte. Das sage ich hier auch ganz klar. Und Frau Artisch hat darauf reagiert, nicht in meinem Auftrag. Ich hätte auch andere Formulierungen gewählt. Das sage ich auch ganz klar an dieser Stelle. Und jetzt mal zur Situation und zur Positionierung. Ich glaube, da bin ich ziemlich klar als Bildungssenatorin. Wir haben ein Neutralitätsgesetz. Und ich habe den Auftrag als Senatorin, mich um die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt zu kümmern. Es geht darum, wir haben einen Bildungsauftrag und einen Erziehungsauftrag. Und ich lese oder höre, dass hier Dinge auf Kosten von Frauen ausgesprochen werden oder dass das Gesetz sozusagen auf Kosten der Frauen ist. Ich habe einen Bildungs- und einen Erziehungsauftrag. Wir haben ein Neutralitätsgesetz. Und das ist umzusetzen. Und ich möchte das mal ganz klar sagen. Kinder und Jugendliche sollen in Schulen lernen. In einem neutralen Raum. In einem neutralen Raum. Darum geht es. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn Sie sich die Schulen in Wedding anschauen. Wenn Sie in die Schulen in Neukölln gehen. Mit Schulleitungen reden. Mit Lehrkräften reden. Sagen die ganz klar, wir haben hier viele Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Nationalitäten. Sie gehören unterschiedlichen Religionen an. Wir haben auch viele Kinder und Jugendliche an unserer Schule, die keiner Religion angehören. Das muss man auch mal so ansprechen. Und es geht darum, in einem neutralen Raum zu lernen. Und in einem neutralen Raum bewertet zu werden. Und sich auch neutral mit Religionen auseinanderzusetzen. Und eine eigene Auffassung zu holen. Und wie ist das denn? Wie ist das denn in einer Grundschule? Wenn ich ein Kind habe, wo eine Familie entschieden hat, dass ihre Kinder kein Kopftuch tragen. Und dann habe ich eine Lehrerin vor mir, die ein Kopftuch trägt. Es kann doch nicht sein, dass sich dann Kinder die Frage stellen, bin ich eine gute oder eine schlechte Muslimin. Das kann nicht sein. Ja? Oder wie ist das denn, wenn sich ein Mädchen 11, 12, 13 Jahre kritisch mit ihrer Religion auseinandersetzt? Das ist doch genau das, was wir wollen. Wir möchten, dass Kinder und Jugendliche zu mündigen Bürgern erzogen werden. Dass sie selber in der Lage sind, für sich zu entscheiden, welchen Weg sie gehen. Welcher Religion sie nachkommen. Darum geht es. Kinder und Jugendliche zu mündigen Bürgern. Und wenn ich ein junges Mädchen habe, das sich kritisch damit auseinandersetzt, kritisch in die Diskussion mit ihren Eltern geht. Und dann habe ich in der Phase, wo es um eine Selbstfindung geht, eine Lehrkraft vor mir, eine Lehrkraft vor mir, die ein Kopftuch trägt. Das ist doch eine schwierige Situation für ein Mädchen in solch einer Entwicklung. Und darum geht es. Es geht um Neutralität. Wir haben kein Kopftuchverbot in Berlin. Wir haben ein Neutralitätsgesetz. Es geht darum, dass wir keine religiösen Zeichen in Berlin sozusagen in unseren Schulen akzeptieren. Sondern, dass wir uns inhaltlich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und NRW hatte ein Kopftuchverbot und das war das Problem. Und wir setzen uns mit diesen Themen auseinander. Und ich bin der Auffassung, dass das Neutralitätsgesetz ein richtiger Weg ist für unsere Kinder und unsere Jugendlichen. Und natürlich habe ich auch eine Verantwortung für unsere Lehrkräfte. Da geht es um die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte. Aber das ist etwas völlig anderes. Ob Lehrkräfte religiöse Zeichen tragen dürfen, ja oder nein. Frau Kollegin Seibert, Sie wollen bestimmt eine Nachfrage stellen. Dann bekommen Sie das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Senatorin, für diese sehr eindeutigen Worte. Und ist denn das die Auffassung des gesamten Senats und auch des Justizsenators? Frau Scheeres. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben ein Neutralitätsgesetz. Das gilt für unterschiedliche Bereiche. Das gilt ja nicht nur für den Schulbereich. Es sind ja unterschiedliche Bereiche des Staates auch betroffen. Das setzen wir um. Und dazu stehen wir auch. Und die Meinung des Justizsenators, ich denke mir, da kann er sich selber zu äußern. Aber ich fühle mich dem Gesetz verpflichtet. Und die Positionierung des Innensenators, der für das Neutralitätsgesetz zuständig ist, ist da auch eindeutig, genauso wie des Regierenden Bürgermeisters. Die zweite Nachfrage geht jetzt an den Kollegen Friesdorf von der FDP. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Senatorin, für Ihre bisherigen Ausführungen. Wann können Sie uns belastbar sagen, dass der Senat in Revision gehen wird bei diesem Urteil des Landesarbeitsgerichts? Bitte schön, Frau Senatorin. Sehr geehrter Herr Friesdorf, wie immer werden wir uns jetzt die schriftliche Begründung anschauen. Also wir haben ja schon auch mündlich mitgeteilt bekommen, dass das Neutralitätsgesetz auch verfassungskonform ist. Deswegen, ansonsten hätte ja der Richter, die Richterin ausgesprochen, dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, vor das Bundesverfassungsgericht zu treten. Also wir, wie immer, werden wir die schriftliche Bewertung auswerten und das dann entschreien. Aber die Option besteht jetzt sozusagen, im Rahmen des Arbeitsgerichtes auf die nächste Stufe zu gehen. So, dann kommen wir zur nächsten Frage der Fraktion Die Linke. Herr Schatz, bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat. Wo steht das Land Berlin bei der Erreichung der Ziele der Fast-Track-City-Initiative, der wir ja 2016 beigetreten sind und deren Ziele waren, 90, 90 und 90 und die Null zu erreichen? Wo stehen wir da im Moment? Frau Senatorin Kohlert, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Abgeordnete Schatz. Ja, wir sind zwei Tage vor dem Welt-Aids-Tag. Und pünktlich zu diesem wichtigen Tag hat Robert-Koch-Institut tatsächlich jetzt gerade aktuelle Zahlen veröffentlicht. Und ich kann Ihnen die gute Botschaft übermitteln, dass Berlin, Aids zu beenden, ein ganzes Stück vorangekommen ist. Wir haben fast die erste 90 erreicht. Beim zweiten 90 sind wir mit 92 Prozent darüber. Und bei der dritten 90 haben wir 95 Prozent erreicht. Also Berlin hat fast 90, 90, 90 Zielsetzung der Fast-Track-Cities erreicht. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Mit der ersten 90 wollen wir erreichen, dass Menschen, die mit HIV infiziert sind, auch Wissen haben über ihre Infektion. Denn das ist die Grundvoraussetzung, dass sie sich dann in Behandlung begeben und dann sozusagen diesen Virus auch bekämpfen. Deswegen ist die erste 90 enorm wichtig. Die zweite 90, da geht es darum, dass die Menschen, die wissen, dass sie HIV infiziert sind, tatsächlich auch in eine Behandlung kommen. Ich war mit dieser Zahl in der Vergangenheit nicht zufrieden. Deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass 92 Prozent der Menschen, die wissen, dass sie HIV infiziert sind, tatsächlich auch in eine Therapie gehen. Und die ganz gute Nachricht ist, dass 95 Prozent von denen wiederum so weit in ihrer Therapie kommen, dass sozusagen die Nachweisgrenze des Virus auch unterschritten wird. Und diese letzte 95 Prozent ist auch deshalb wichtig, das wissen die meisten nicht, da müssen wir viel mehr Aufklärungsarbeit machen, dass Menschen, die in die Therapie gehen und diese Grenze erreicht haben, nicht mehr ansteckend sind. Und deswegen ist das ein großartiges Ergebnis für Berlin. Und ich möchte an dieser Stelle aber auch ganz klar sagen, dass diese Zahlen nicht von alleine kommen, sondern das ist die Initiative Fast-Track Cities und die ganze Community in der Stadt, die seit vielen Jahren mit dem Senat an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist auch ein Moment, dass man auch Danke sagen muss an die ganze Community, die die Tests mitmachen, die Beratung machen, Begleitung machen, aber vor allem die vielen Ärzte und Ärzte in unserer Stadt. Die Ärzte, die Schwerpunktärzte und Ärzte, die seit Jahren an dem Thema Aids bekämpfen, arbeiten. Aber auch Vivantes möchte ich vorheben, denn die haben das Schöneberger Modell mitinitiert. Und ich denke, die Berliner Ärzte und Ärzte können sie sehen das. Nochmal Dank an dieses Engagement der Medizinerinnen und auch Mediziner. Ich will aber auch sagen, wir lehnen uns jetzt nicht zurück. Nachdem 90, 90, 90 erreicht ist, geht es weiter. Die nächste Zielsetzung ist 95, 95, 95 Prozent zu erreichen. Und da hat die rot-rot-grüne Regierung ganz tolle Weichen gestellt. Wir haben im Oktober Checkpoint Berlin eingerichtet, wo wirklich einmalig ist, auch weltweit. Wir hier nochmal alle Angebote bündeln, auch Menschen erreichen werden, die vorher nicht erreicht worden sind. Wir das Testen verstärken wollen und vor allem das Netzwerk von allen Ärzten und Beratungsstellen hier nochmal bündeln. Ich will aber auch nennen, dass unsere Clearingstelle ja hier auch ein wichtiger Baustein ist, dass Menschen, die keinen Zugang zur medizinischen Versorgung haben, hier auch schneller hoffentlich in die Therapie kommen. Und hier hat das Parlament eine ganz große Rolle gespielt, die Finanzierung der Clearingstelle, aber auch des Checkpoints Berlin hier auf den Weg zu bringen. Natürlich danke dafür, dass wir das alles hier auch umsetzen können. Aber auch Entwicklung auf Bundesebene, muss ich sagen, spielt Berlin in die Karten. Denn wir haben ganz aktuell eben auch die Situation, dass PrEP eventuell auch finanziert werden soll. Wir haben schon bereits vorausschauend in unserer Clearingstelle, aber auch im Checkpoint ja ein Modellprojekt PrEP auf den Weg gebracht, um Menschen zu unterstützen, die vielleicht nicht das Geld für diese wichtige Prävention, weil wir wollen ja bei der 90-90-90-Strategie fangen wir ja immer an, wenn die Menschen schon infiziert sind. Aber wir setzen ja in Berlin schon auf die Prävention. Wir wollen, dass Menschen erst gar nicht infiziert werden. Und deswegen wird Prävention in Zukunft ein großes Thema sein. Das Selbsttesting, was jetzt auch mit einer neuen Verordnung, Medizinprodukteverordnung auch ermöglicht ist, wollen wir auch in die ganze Umsetzung mit einbauen. Also wir sind ein ganzes Stück vorangekommen. Aber nicht zu vergessen ist die letzte Null. Denn wir wollen auch mit dieser Strategie Null Stigmatisierung und Ausgrenzung von HIV-Infizierten und AIDS-Kranken machen. Da haben wir alle noch gemeinsam zu tun. Denn leider, leider ist auch heute die Stigmatisierung und Diskriminierung Realität in unserer Gesellschaft. Aber da hoffe ich auch auf unsere gemeinsame Kraft dieser Regierung, dass wir AIDS in Berlin keine Chance geben. Dankeschön. Herr Kollege Schatz, schöne Nachfrage. Ja, bitteschön, dann bekommen Sie das Wort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin, für die Beantwortung. Sie haben ja auch darauf hingewiesen, gerade das Wissen um die Nichtinfektiosität unter wirksamer Therapie ist ja ein wesentlicher Bestandteil auch des Kampfes gegen Stigmatisierung und Ausgrenzung von Menschen mit HIV. Wie wollen wir denn in Berlin dieses Wissen sozusagen stärker nutzen? Wäre da zum Beispiel ein Weg so eine Kampagne, wie die Deutsche Aidshilfe sie gestern gestartet hat unter dem Hashtag Wissen verdoppeln? Also auch deutlich zu machen, sozusagen in Deutschland leben 90 Prozent der Menschen wissen nicht, dass Menschen unter wirksamer Therapie mit HIV nicht ansteckend sind, das Virus gar nicht weitergeben können. Also wollen wir beispielsweise so eine Kampagne als Land Berlin auch unterstützen. Frau Senatorin. Ja, unbedingt. Auch das Land Berlin wird eine Kampagne auf den Weg bringen. Wir wollen das aber nicht alleine machen, sondern abgestimmt auch mit allen Beteiligten in der Stadt. Und ich denke, zwei Punkte sind bei einer Öffentlichkeitskampagne, die wir machen werden, wichtig. Zum einen natürlich die Stigmatisierung zu beseitigen, denn wenn Vorurteile da sind, Diskriminierung da ist, dann trauen sich Menschen auch nicht, dann sich testen zu lassen und auch offen mit ihrer Infizierung auch umzugehen. Deswegen ist das Thema Null-Toleranz enorm wichtig, auch für die Strategie insgesamt. Und der zweite Punkt ist tatsächlich aufklären, 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 dass eben die frühzeitige Feststellung der Infizierung und das frühzeitige Eintreten in die Therapie lebenswichtig ist, aber auch wichtig ist, um diese Krankheit schnell zu besiegen. Inzwischen ist der medizinische Fortschritt da, aber leider lassen sich viele Menschen noch Zeit, stellen die Infizierung sehr spät fest oder gehen sehr spät in die Therapie rein. Also mit den beiden Zielen wird Berlin auf jeden Fall eine Kampagne auf den Weg bringen. Wir brauchen mehr Aufklärung, mehr Sensibilität, um die Diskriminierung auch in Berlin ein Ende zu setzen. Und das wird der Berliner Senat auf den Weg bringen, aber wie gesagt nicht alleine, sondern mit der gesamten Community. Die zweite Nachfrage geht jetzt an Frau Kühnemann-Kronow von SPD, bitte schön. Ja, im Sinne der 90-90-90-Null-Ziele, von denen der Kollege Schatz hat es gerade angesprochen, ja 91 für die 90 Prozent HIV-Infizierten steht, die unter der Nachweisgrenze sind und die null vor allen Dingen für null Diskriminierung stehen. Frage ich den Senat nach, ob das kürze ANST, also ANST für Ansteckungsgefahr in den Akten und in den elektronischen Datenbanken der Polizei für Personen, die mit HIV infiziert sind, diesen Zielen nicht zuwiderläuft. Frau Senatorin, bitte schön. Ja, also wir sehen das kritisch. Mein Kollege Geisel und ich sind uns da einig, das ist aber eine bundesweite Regelung, dass wir das kritisch sehen, platzieren wir auch regelmäßig auf Bundesebene. Ich will aber sagen, dass das nicht reicht, sich kritisch zu äußern. Wichtig ist, dass man tatsächlich Verfahren definiert, dass im Falle einer möglichen Infektion die Polizisten auch Unterstützung haben. Dass es hier tatsächlich eine Kette gibt von Handlungsanweisungen, denn das schnelle Testen ist dort relevant und schnell Vorsorgetreffen mit PEP und dergleichen. Und das ist etwas, was wir gemeinsam auch verbessern können. Das ist auf jeden Fall etwas, woran wir auch arbeiten. Wir kommen jetzt zu Bündnis 90 Die Grünen. Frau Ludwig, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Mit Blick auf die Aussage von Hertha BSC bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Montag, man soll sich für das neue Fußballstadion von Hertha auf dem Olympiagelände den Eröffnungstermin 25.07.2025 schon mal notieren, frage ich den Senat, welche der Voraussetzungen, zum Beispiel der Umgang mit den 24 Wohnungen auf dem Gelände, auf dem fraglichen, die Finanzierungssicherheit des Baus und vor allem auch die Höhe der Erbpacht, des Erbpachtzinses, sind denn heute schon erfüllt? Und können Sie den kommunizierten Eröffnungstermin bestätigen? Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ludwig, sehr geehrte Damen und Herren, das ist richtig, Frau Lomscher baut da nicht, sondern Frau Lomscher ist deshalb zur Antwort aufgefordert worden, weil sie mal den planungsrechtlichen Zusammenhang hier darstellen wird. Für den Fall, es kommt zu einem Antrag, dort ein Stadion Neubau zu errichten, den gibt es ja bisher nicht und das ist ja auch noch sozusagen in internen Klärungen, wird auf jeden Fall ein Bebauungsplanverfahren erforderlich sein. Dieses Bebauungsplanverfahren führt entweder der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf durch oder die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Auch das wird erst dann entschieden, wenn es soweit ist. Und ein solches Bebauungsplanverfahren müsste dann natürlich alle Fragen, die in dem Zusammenhang abzuwägen sind, vernünftig analysieren und zur Entscheidung vorbereiten. Erst dann könnte auch geklärt werden, ob für einen Stadion Neubau tatsächlich der Abriss von Wohnungen in Kauf genommen werden sollte, wie es sich mit den Denkmalschutzbelangen verhält, wie man Emissionsschutzregelungen durchsetzt. All diese Fragen sind dann zu klären. Erfahrungsgemäß würde ich jetzt hier mich mal soweit vorwagen, zu sagen, es ist ein kompliziertes Bebauungsplanverfahren und deshalb würde ich auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass man das innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen haben könnte. Entschuldigung, gibt es eine Nachfrage? Bitteschön. Moment, jetzt lenke ich mal nicht ab. Hallo. Ja, dankeschön für die Beantwortung. Hertha BSC hat ja aber auch einen Erbpachtzins kommuniziert, in Höhe der so zwischen 20 und 50, also auf Basis eines Bodenpreises von 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter umfällt, werden derzeit 1.500 bezahlt. Ich nehme jetzt einfach mal an, der Erbpachtzins, der wird schon noch verhandelt, bevor da ein B-Planverfahren beginnt, denn der Erbpachtzins wird ja einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidung von Hertha BSC für den Standort überhaupt haben. Daher frage ich, können Sie diesen Erbpachtzins, den Hertha BSC kommuniziert, bestätigen oder liegt der womöglich doch in einer ganz anderen Größenordnung, sodass dieser Standort eventuell ja gar nicht in Frage kommt? Frau Senatorin, bitte. Sehr geehrte Frau Ludwig, ich kann das nicht bestätigen, weil die Voraussetzung für Verhandlungen über einen Erbpachtzins wäre ja erstmal eine grundsätzliche Einigung darüber, dass man überhaupt einen Geländeabtritt für den Stadionneubau hat. Eine solche Entscheidung ist noch nicht getroffen. Herr Friederiz, hier hat er die zweite Nachfrage. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage Sie, Frau Senatorin, ist der Senat bereit, bei so einem großen Infrastrukturprojekt für Berlin und die Region Berlin-Brandenburg zu erklären, dass er bei einem etwaigen Bebauungsplanverfahren deutlich das Verfahren mit mehr Personal abkürzen wird, sodass eben doch die zwei Jahre erreicht werden, denn es geht ja um eine erhebliche Millionensumme, die hier ein privater Investor für Berlin tragen würde. Frau Senatorin. Sehr geehrter Herr Friederiz, auch diese Frage kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten, weil sich die schlicht und ergreifend noch nicht stellt. Vielen Dank. Für die nächste Fragerunde hat jetzt der Abgeordnete Herr Treffzer von der AfD-Fraktion das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren. Ich frage den Senat im Zusammenhang mit der Entlassung von Hubertus Knabe durch den Stiftungsrat der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Sind nach der Entscheidung des Landgerichts Berlin vom vergangenen Freitag Hubertus Knabe die Rückkehr nach Hohenschönhausen zu ermöglichen kurzfristig neue Erkenntnisse aufgetaucht, die eine sofortige Entlassung aus der Sicht des Senats erforderlich gemacht hätten? Oder sind bereits bekannte Vorwürfe durch Frau Birtler kurzfristig neu zusammengestellt worden, um die Entscheidung des Landgerichts zu konterkarieren? Für den Senat antwortet Staatssekretär Böhler, bitte. Sie haben das Wort. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, meine Damen und Herren. Der Stiftungsrat der Stiftung Gedenkstätte Hohenschönhausen ist am 25. November zu einer außerordentlichen Sondersitzung zusammengetreten. Basis und Grundlage für das Zusammentreten war auf der einen Seite Berichte von Frau Birtler und Herrn Arndt, dem neuen Verwaltungsdirektor, die in der Gedenkstätte Untersuchungen beziehungsweise Befragungen von Mitarbeitern durchgeführt haben. Diese Berichte lagen dem Stiftungsrat vor. Mit diesen Berichten hat er sich auseinandergesetzt und hat in seiner Begründung der von Ihnen erwähnten Abberufung von Herrn Knabe als Vorstand Mängel in der Führungskultur, im Betriebsklima und in organisatorische Defizite in der Gedenkstätte festgestellt und auf dieser Grundlage die Beschlüsse getroffen, die getroffen worden sind. Herr Trefzer, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage, bitte. Frau Präsidentin, noch eine Frage zu Frau Birtler. War dem Senat bei der Ernennung von Frau Birtler als Sonderermittlerin bekannt, dass Mirajane Birtler nach einer zurückliegenden juristischen Auseinandersetzung mit Hubertus Knabe nicht als unbefangene und neutrale Ermittlerin hätte eingesetzt werden dürfen? Herr Staatssekretär, bitte. Herr Präsident, Herr Abgeordnete, meine Damen und Herren, dem Stiftungsrat war bei der Einsetzung von Frau Birtler wichtig und bekannt, dass Frau Birtler eine anerkannte Person zu Fragen des Aufarbeiters des SED-Unrechts ist. Zweitens, dass sie Erfahrung als Ministerin hatte und damit Erfahrung mit Organisationen. Und drittens war es auch, ich gebe es zu ehrlich, nicht ganz unwichtig, dass sie eine Frau gewesen ist oder eine Frau ist, Entschuldigung. Die zweite Nachfrage geht an die Abgeordnete Frau Bangert. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Herr Staatssekretär Wöhler trifft es zu, dass maßgeblich für die Abberufung das Dulden fortgesetzter sexueller Belästigung von Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte ursächlich war. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort, bitte. Frau Bangert, das trifft insofern zu, dass traf er schon zu für die fristgerechte oder ordentliche Kündigung von Herrn Knabe auf der Stiftungsratssitzung am 25. September. Die sexuellen Belästigungen von Frauen in der Gedenkstätte sind ein wesentlicher und ein entscheidender Aspekt dessen, was ich vorhin als mangelnde Führungskultur und ausgesprochen schlechtes Betriebsklima beschrieben habe. Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Frau Dr. Jasper Winter von der Fraktion der FDP. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Vor dem Hintergrund, dass letzte Woche vom 20. bis 22. November in Berlin erstmalig die große Kongressmesse Smart Country Convention zur Digitalisierung der Verwaltung auch mit hochrangigen Vertretern Bundesregierung und der dänischen Regierung, Ministerpräsident, stattfand, frage ich den Senat, welcher Vertreter oder welche Vertreterin des Senats besuchte die Messe? Für den Senat antwortet Senator Geisel. Bitte, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Dr. Jasper Winter. Selbstverständlich war die zuständige Senatsverwaltung mit mehreren Mitarbeitern auf unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen anwesend. Eigentlich war die Teilnahme von Frau Staatssekretärin Smentek geplant, die an diesem Tag aber leider krankgeschrieben war und nicht teilnehmen konnte. Frau Abgeordnete, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage, bitte schön. Stimmen Sie mir darin zu, dass es bei einem Thema wie der Digitalisierung der Verwaltung, wo in Berlin ja noch viel Luft nach oben ist, angemessen wäre, dass dann stattdessen eine andere Vertreterin oder ein anderer Vertreter des Senats auf Führungsebene anwesend gewesen wäre? Herr Senator, bitte. Also Frau Dr. Jasper Winter, zunächst will ich sagen, dass wir in Sachen Digitalisierung der Berliner Verwaltung ganz gut unterwegs sind und Sie wissen, dass vor dem Hintergrund, dass das E-Government-Gesetz Ende 2016 beschlossen worden ist und wir somit jetzt zwei Jahre die Gelegenheit hatten, das Gesetz umzusetzen, schon eine ganze Menge bewegt worden ist. Dass noch Luft nach oben ist, ist völlig unbestritten, aber ich habe hier bei verschiedenen Gelegenheiten schon gesagt, dass die Zeitplanung nicht so ist, dass dieser vor uns liegende Komplex, 80.000 Arbeitsplätze zu digitalisieren und mehrere hundert Fachverfahren im Land Berlin zu digitalisieren, innerhalb weniger Wochen oder Monate zu bewältigen ist. Also das zu der Luft nach oben. Und ja, ich stimme Ihnen zu, dass es besser gewesen wäre, auf Leitungsebene vertreten zu sein. Krankheiten lassen sich, kurzfristige Ankrankungen lassen sich aber leider nicht planen. Ich bedauere das. Die zweite Nachfrage geht an den Abgeordneten Otto. Bitte, Sie haben das Wort. Herr Senator, könnten Sie sagen, war dort geplant, dass ein Vortrag oder dergleichen durch die Staatssekretärin stattfinden sollte, wo sie berichtet über die guten Erfahrungen Berlins? Oder ging es einfach nur um eine Teilnahme? Das würde ich dann in der Tat hierfür nicht behandlungswürdig im Plenum halten. Herr Senator, bitte, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Otto, Frau Staatssekretärin Smentig war Jurymitglied in einem Komplex, in dem es um Start-ups gab und deren Bewertung ging. Aber Redebeiträge oder Ähnliches waren auf der Veranstaltung nicht geplant. Die hätten abgesichert werden müssen, selbstverständlich. Vielen Dank. Damit ist die Runde nach der Stärke der Fraktionen beendet. Nun können wir die weiteren Meldungen in freiem Zugriff berücksichtigen. Sie kennen das Prozedere. Ich werde diese Runde mit einem Gong-Zeichen eröffnen. Schon mit dem Ertönen des Gongs haben Sie die Möglichkeit, sich durch Ihre Ruftaste anzumelden. Alle vorher eingegangenen Meldungen werden nicht erfasst und bleiben unberücksichtigt. Ich gehe jetzt davon aus, dass sich alle Fragestellerinnen und Fragesteller, die es wollen, eingedrückt haben, Sie hatten die Möglichkeit, die Anmeldung und ich beende damit die Anmeldung und lese die ersten Namen vor. Zunächst Herr Gindra, dann Frau Jarasch, dann Herr Dregger, Herr Ubelode, Herr Hansel, Herr Wild, Herr Freimark, Herr Standfuß, Herr Frederici, Herr Wanzner. Sollten wir danach noch Zeit haben, werde ich die weiteren verlesen. Es beginnt in der Fragerunde, Herr Abgeordneter Gindra, bitte stehen, Sie können Ihre Frage stellen. Haben Sie den zweiten Gong geschafft? Machen Sie es einfach noch damit. Das war nur der zweite Gong, alles gut. Danke, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Zu den aktuellen Verhandlungen über die Grundsteuerreform frage ich den Senat, wie kann ausgeschlossen werden, dass Mieterinnen und Mieter zukünftig mehr bezahlen müssen und was tut dafür der Berliner Senat? Für den Senat hat das Wort Herr Senator Kollatz, bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir alle Details dazu sagen können. Es hat aber gestern ein Gespräch stattgefunden, bei dem alle Länderfinanzminister im Bundesfinanzministerium waren und der Bundesfinanzminister den Entwurf für die Grundsteuerreform vorgestellt hat. Aus diesem, dieser Entwurf wird jetzt diskutiert und es wird wahrscheinlich dann im Februar ein Gesetzentwurf kommen und wenn der Gesetzentwurf vorliegt, dann kann man diese Frage abschließend beantworten, die Sie jetzt gerade gestellt haben. Ich kann aber etwas zu der Richtung sagen. Das wesentliche politische Versprechen, und das habe ich schon mehrmals hier auch im Haus erläutert, ist die Aufkommensneutralität. Die Aufkommensneutralität wird sichergestellt durch, und das ist dann eben ein bisschen modellabhängig, was es dort an Messzahlen und Hebesätzen geht. Nach dem Vorschlag, den der Bundesfinanzminister gestern vorgestellt hat, wird es deutliche Wertsteigerungen der Grundstücke geben gegenüber 1935 oder 1964 und das ist auch zu erwarten. Eine wesentliche erste Korrekturstufe wird auf Bundesebene stattfinden durch die Anpassung der Messzahl. Die wird etwa auf ein Zehntel gesenkt. Das heißt also, wenn die Werte zehnmal so hoch wären, würde es dann zu derselben Grundsteuer führen. Die zweite Korrekturebene, die es gibt, ist der sogenannte Hebesatz. Der Hebesatz in Berlin liegt bei, ich habe jetzt nicht die exakte Zahl, sagen wir mal 810. Nach den Modellrechnungen, die ausgeführt worden sind, würde das bedeuten, um Aufkommensneutralität in Berlin zu erreichen, würden wir den Absenken, diesen Hebesatz von 810 auf etwa 500 oder 490. Das heißt also, es wird eine deutliche Senkung stattfinden, damit eben die Steuerbelastung insgesamt gleich bleibt. Die Steuerbelastung, dass die insgesamt gleich bleibt, ist die Aufkommensneutralität. Trotzdem ist es natürlich denkbar, dass es den einen oder anderen Fall gibt, bei dem mehr gezahlt wird. Und es ist auch, dem steht aber immer gegenüber, dass es mindestens genauso viele Fälle geben wird, bei denen weniger gezahlt wird. Durch diese Methode ist allerdings sichergestellt, dass im Trend es so ist, dass eher die Mieterinnen und Mieter weniger zahlen. Und im Trend es so ist, dass eben gerade diejenigen, die sagen wir mal an sehr besonderen Lagen sehr besondere alleinstehende Häuser haben, dass die eben ein bisschen mehr zahlen. So und etwas genaueres wird man dann dazu sagen können, wenn das alles vorliegt, aber dadurch wird ausgeschlossen, dass es eine stärkere Belastung der Mieterinnen und Mieter in Berlin gibt. Vielen Dank, Herr Gintrall, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. In der Presse wurden andere Szenarien diskutiert. Wird der Senat das Bundesverfassungsgericht direkt anrufen, wenn es eine Regelung zulasten der Mieterinnen und Mieter gibt? Herr Senator, bitte Sie haben das Wort. Also ich habe eben in der ersten Antwort extra etwas ausführlicher geantwortet, weil viele der Pressedarstellungen eben gerade falsch waren. Und insofern ist es so, bitte ich Sie jetzt auch zu verstehen, dass ich nicht falsche Pressemeldungen für eine Realität halte. Wenn das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist, wird es auch hier im Abgeordnetenhaus die Gelegenheit zu einer politischen Bewertung geben. Und insofern ist es so, der werde ich nicht vorgreifen und die werden wir dann auch alle gemeinsam diskutieren. Ich gehe aber davon aus, dass es gerade nicht nötig sein wird, in diesem Sinne, den Sie angesprochen hat, tätig zu werden. Aber wie gesagt, es ist jetzt zu früh, das zu sagen. Nur bitte auch, bitte an die Abgeordneten, fallen Sie nicht auf falsche Pressemeldungen rein. Die zweite Nachfrage geht an den Abgeordneten Zillig. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Auskunft. Inwieweit, Herr Finanzsenator, halten Sie es denn dem Modell, das der Finanzminister gestern in Grundfügen vorgestellt hat, dem Wesen nach eingeschrieben, dass eine Umlage der Grundsteuer auf die Mieterinnen und Mieter erfolgt oder halten Sie es für möglich, durch die Änderung anderer bundesrechtlicher Vorgaben, wie zum Beispiel der Betriebskostenvereinbarung, hier eine andere Regelung vorzunehmen und würde der Senat Überlegungen näher treten, so etwas zu initiieren? Herr Senator, bitte, Sie haben das Wort. Ich danke für die Frage, weil es mir auch eine Gelegenheit gibt, einen Sachverhalt klarzustellen und ja, das ist möglich und es ist auch richtig, wie Sie, Herr Zillig, es dargestellt haben, dass dies in einer anderen Rechtssphäre stattfindet. Diese andere Rechtssphäre unterliegt der Bundesgesetzgebung und es steht uns als Länder natürlich die Möglichkeit offen, dort etwas über den Bundesrat zu initiieren, da muss man dann nach Bündnispartnern, zu dem dann der Bundesrat Stellung nehmen muss, dass der dieses nicht enthält. Aber ja, es ist möglich, im Mietrecht das so zu regeln und es ist auch überhaupt nicht durch das Grundgesetz oder sowas vorgegeben, dass es auf die Mieten umgelegt werden muss oder dass es die Berechtigung gibt, auf die Mieten umzulegen, sondern das könnte man im Mietrecht anders regeln und ja, wenn es dazu eine politische Chance gibt, werde ich mich zumindest im Senat auch dafür einsetzen, dass wir sie nutzen. Aber wie gesagt, das geht auch aus Ihrer Frage hervor, ich rechne nicht damit, dass es Teil des jetzt vom Bund auf den Weg gebrachten Gesetzes wird. Vielen Dank. Dann kommt jetzt die nächste Möglichkeit des Fragens an Frau Abgeordnete Jarasch, bitteschön. Ich frage den Senat, wie viele weitere Urteile des Landesarbeitsgerichts gegen das Land Berlin in Sachen Kopftuch-tragende Lehramtsanwärterinnen der Senat noch für zuträglich hält, auch für unsere Rechtsordnung und angesichts der Tatsache, dass es eine Verfassungsgerichtsrechtsprechung gibt. Für den Senat antwortet Frau Senatorin Scheres, bitteschön. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Frau Jarasch, also wir setzen uns mit diesen Themen auseinander. Wir haben ein Neutralitätsgesetz und wenn Menschen meinen, dann aufgrund bestimmter Entscheidungen der Bildungsverwaltung klagen zu müssen, dann können sie dieses tun. Ich bin verpflichtet, als Bildungssenatorin dem Recht nachzugehen, dem Neutralitätsgesetz. Wir setzen uns damit auseinander und es gibt noch ein paar Klagen, die vorliegen, die laufen. Damit werden wir uns auseinandersetzen. Die Urteile sind unterschiedlich. Wir haben teilweise in den ersten Instanzen, wir reden ja über das Arbeitsgericht. Wir haben ja noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, auch vor das Bundesverfassungsgericht zu treten, weil das Arbeitsgericht gesagt hat, dass das Neutralitätsgesetz verfassungskonform ist. Das muss man einfach mal auch zur Kenntnis nehmen an dieser Stelle. Frau Jarasch, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage, bitte. Was hält der Senat dann von der Aussage der Rechtsanwältin, die die Bildungsverwaltung in diesem Fall vor Gericht vertritt, dass das Neutralitätsgesetz nicht verfassungskonform auszulegen sei? Frau Senatoren, bitte. Diese Aussage ist mir nicht bekannt. Die zweite Nachfrage geht an den Abgeordneten Wansner. Bitte schön, Sie haben das Wort. Danke. Frau Präsidentin, ist dem Senat bekannt, welche Islamverbände dahinter stehen, dass diese Frauen dagegen Klagen erheben? Welche Interessenverbände da möglicherweise dieses forcieren? Frau Senatoren, bitte. Sie haben das Wort. Es sind unterschiedliche Interessenverbände. Teilweise konnte man es ja den Zeitungen auch entnehmen. Vielen Dank. Die nächste Frage geht jetzt an den Abgeordneten Hendreger. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage den Senat. Wie ist es zu erklären, dass das Landesamt für Flüchtlinge trotz Rückgangs des Zuzugs von Flüchtlingen um 90 Prozent seit 2015 ihre Erstregistrierung schlechter organisiert als der damalige Sozialsenator in einer dramatischen Extremlage? Mit der Folge, dass die wenigen neu ankommenden Flüchtlinge nicht innerhalb von 24 bis 48 Stunden erstregistriert werden können, sondern über Wochen, möglicherweise bald Monate in der Ankunftsstelle verharren müssen, keine Asylverfahren initiieren können, nicht verteilt werden können auf andere Bundesländer bzw. auf die Gemeinschaftsunterkünfte in unserer Stadt. Für den Senat antwortet Frau Senatorin Breitenbach. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ihre Aussage, dass das schlechter klappen würde, und das beziehe ich jetzt überhaupt nicht auf Herr Czaja, aber dass die Kolleginnen und die Kollegen jetzt schlechter arbeiten würden als vor einigen Jahren, das halte ich mit Verlaub gesagt für großen Unsinn. Sie wissen, dass im Ankunftszentrum die Situation insofern schwierig ist, und ich hatte das auch mehrmals erklärt, dass beispielsweise jetzt wieder ein Masernausbruch ist, und wenn eine Person ist mit Masern, dann können die Menschen nicht weitergeleitet werden, dann müssen die dort drin bleiben. Solche Situationen werden wir immer wieder haben. Deshalb möchte ich ja ein anderes Ankunftszentrum. Ansonsten, das wissen Sie vermutlich auch, weil meines Wissens hatten Sie auch einen Austausch mit dem Personalrat, und der Sie sicherlich darüber informiert hat, dass wir ein neues Kennzahlenmodell vorgelegt haben, dieses neue Kennzahlenmodell deshalb, weil Personal fehlt übrigens auch in der Registrierung. Im LAF arbeiten sehr viel jüngere Menschen, und das bringt es dann häufiger mit sich, dass man mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die in Elternzeit gehen. Das sind beispielsweise eine relativ hohe Anzahl, und deshalb verhandeln wir jetzt mit dem Finanzsenator, um da auch nochmal einen Ausgleich zu kriegen, damit wir in der Registrierung, aber auch an anderen Stellen die Arbeit in dem dafür vorgesehenen Zeitpunkt dann auch erledigen können. Herr Dräger, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage, bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Also, wenn Sie sich mit dem Personalrat unterhalten, dann redet der nicht von Masern, sondern von nicht besetzten Stellen beziehungsweise nicht vorhandenen Stellen. Deswegen frage ich Sie, welche Vorsorge haben Sie in dem Entwurf eines Nachtragshaushaltes getroffen, um die Not dort zu lindern? Frau Senatorin, Sie haben das Wort, bitte. Also, dass der Personalrat sich nicht um Masern kümmert, kann ich verstehen. Das ist jetzt auch nicht seine Aufgabe, sondern der ist die Beschäftigtenvertretung. Also, guckt er, wie die Situation der Beschäftigten ist. Also, auf Ihre Frage Nachtragshaushalt. Wie Sie sicherlich wissen, werden in dem Nachtragshaushalt auch erstmal keine Stellen festgeschrieben, zumal wir ja auch noch in den Verhandlungen sind über das neue Kennzahlmodell. Nichtsdestotrotz haben wir in einem ersten Schritt mit der Finanzverwaltung 50, ne nicht 50 Stellen, sondern 50 Beschäftigungspositionen erstmal für ein Jahr verlängert, bis wir nämlich in den neuen Haushaltsberatungen gehen, um die dann auch verstetigen zu können. Und das werden wir jetzt sukzessive auch weitermachen. Aber sowas muss dann natürlich auch bei dem Haushalt beschlossen werden. Und wenn wir sie jetzt besetzen, dann muss das eben technisch nachgeholt werden. Die zweite Nachfrage geht an den Abgeordneten Friederici, bitteschön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. In Ergänzung der Nachfrage unseres Fraktionsvorsitzenden habe ich an Sie die Frage zum Stichwort Personal und Verteilung. Beispielsweise am Objekt Leonorenstraße in Langwitz. Dort gibt es aktuell ja keine Belegung, weil der Betreiber nicht in Frage kommt. Gibt es hier einen neuen Sachstand hinsichtlich dieses Objektes? Und können Sie, da möglicherweise erwartbar gar keine Belegung stattfinden kann, sich auch eine andere Nutzung des Objektes in der Langwitzer Leonorenstraße vorstellen? Beispielsweise studentisches Wohnen oder allgemeiner Wohnungsbau? Frau Senatorin, bitte. Wir haben das Wort. Also ich wollte jetzt gerne hinten, das habe ich den Staatssekretär noch mal gefragt, gegen allgemeiner Wohnungsbau. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil wir haben diese, wir bauen diese Flüchtlingsunterkünfte. So, und diese Flüchtlingsunterkünfte werden entweder gebaut nach dem Flüchtlingsbaurecht und dann dürfen die ersten Jahre überhaupt nur geflüchtete Menschen dort einziehen. Das heißt, man kann dann auch nicht einfach sagen, ach, da machen wir mal Studierende rein oder Wohnungslose rein. So, und das funktioniert nicht. Da müssten Sie sich denn vielleicht mal auf Bundesebene bei Ihrer Partei dafür stark machen, dass da eine Änderung gibt, dass man dann quasi sagt, Mensch ist Mensch und die können dann da immer einziehen. Im Moment ist das so nicht möglich. Und selbst wenn es möglich wäre, fände ich das jetzt ausgesprochen schwierig zu sagen, wir schließen jetzt einfach mal die Türen auf und dann sollen die Leute da reinkommen. Auch dann würde man einen Betreiber brauchen. Aber wir befinden uns in europaweiten Ausschreibungsverfahren. Und wie Sie sicherlich schon gehört haben, sind die sehr kompliziert und sehr risikoreich. Wenn Sie davon noch nichts gehört haben, sollten Sie sich das mal von Ihrem Kollegen Chaya erklären lassen. Er ist jetzt leider heute nicht da, aber der hatte auch einschlägige Erfahrungen gemacht, wird er Ihnen von berichten können. So, dann ist es so, wenn dieses Verfahren beendet ist und der Zuschlag erteilt wird, dann werden eben diejenigen, die sich beworben haben, darüber unterrichtet. Die können sich dann an die Vergabekammer wenden und die Vergabekammer prüft es. Und bei der Leonorenstraße sind wir eben genau an diesem Punkt. Das sind dann irgendwie ein paar Wochen, dann gibt es einen Betreiber und dann kann die Unterkunft belegt werden. Und ansonsten werden Sie immer diese Zeit, diese Überschneidung haben, die Unterkunft ist fertig. Von außen sieht die auch oftmals fertig aus, dann ist die aber noch nicht eingerichtet, beziehungsweise oftmals müssen dann auch noch mal Sachen nachgearbeitet werden. Sie können versichert sein, dass wir in der schwierigen Situation europäischer Vergabeverfahren alles Erdenkliche tun und auch die Kolleginnen und Kollegen im LAV, dass wir das sehr schnell über die Bühne bringen. Aber das hängt eben nicht alleine an uns. Da gibt es dann eben auch bestimmte Rechte, die festgeschrieben sind. Der Bewerberinnen und Bewerbern, die halten wir natürlich ein. Vielen Dank. Ich frage den Senat, aus welchem Grund, zum Beispiel durch eine eventuell besondere Gefährdung durch terroristische Angriffe, hält der Senat die Besucher der zahlreichen anderen Weihnachtsmärkte Berlins für weniger schutzbedürftig als die des besonders aufwendig gesicherten Marktes am Breitscheidplatz? Für den Senat antwortet Senator Geisel, bitte schön. Wir haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Abgeordneter Obelode. Zunächst einmal muss ich sagen, dass die Polizei sich selbstverständlich um die Sicherheitslage an allen Plätzen Berlins kümmert und dass es selbstverständlich für jeden Weihnachtsmarkt ein entsprechendes Sicherheitskonzept gibt. Für die Finanzierung dieser Sicherheitsmaßnahmen sind immer die Betreiber zuständig. Das ist keine Berliner Regelung, sondern eine bundesweite Regelung, weil es sich letztlich bei Weihnachtsmärkten um kommerzielle Veranstaltungen handelt und da aus kommerziellem Interesse solche Veranstaltungen ausgelöst werden, ist es eine selbstverständige Verpflichtung der Betreiber dieser Märkte auch für Sicherheit einzustehen. Das betrifft die Sicherheit auf diesen Weihnachtsmärkten, aber selbstverständlich immer mit Unterstützung der Polizei Berlin. Jeder Weihnachtsmarkt in der Stadt mit Unterstützung der Polizei Berlin. Am Breitscheidplatz hatten wir die Situation, dass das der Ort des Anschlags von Dezember 2016 war und dass der Senat deshalb eine besondere Verpflichtung zum Schutz dieses Ortes empfindet und ich denke, das wird von den meisten hier Anwesenden auch so gesehen. Aber unabhängig von der Frage, dass der Breitscheidplatz der Anschlagsort war, ist auch die individuelle Situation auf dem Breitscheidplatz besonders schwierig im Vergleich zu anderen Weihnachtsmärkten. Das hat etwas damit zu tun, dass die Straßen, die Budapester Straße oder der Town ziehen und die angeschlossenen Straßen direkt auf den Breitscheidplatz zulaufen und auf dem Platz selber sehr wenig Platz zur Verfügung steht, um dann entsprechende Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Deswegen hat die Polizei im Vorfeld mit dem Marktbetreiber vom Breitscheidplatz geredet, ob es möglich ist, die Weihnachtsmarktfläche zu verringern, um entsprechende Sicherheitsmaßnahmen direkt an der Grenze des Platzes einzurichten. Das hat der Marktbetreiber abgelehnt, weil durch eine Verringerung der Fläche der wirtschaftliche Erfolg dieses Weihnachtsmarktes nicht mehr möglich gewesen wäre und deswegen haben wir uns darauf verständigt, jetzt die sichtbare Variante am Breitscheidplatz zu installieren. Wir sagen immer, das ist ein Pilotverfahren, nicht in dem Sinne, dass wir für zentrale Plätze dieser Stadt Überlegungen anstellen, den öffentlichen Raum zu sichern. Das sind europaweite Überlegungen, die dort im Gange sind von vielen großen Städten in Europa, die auch von Anschlägen getroffen worden sind und wir waren im Laufe dieses Jahres in Kontakt mit vielen dieser Städte, haben die besucht, haben gegenseitig Besuche empfangen und haben Sicherheitskonzepte erarbeitet, wie man den öffentlichen Raum stärker schützen kann, als das bisher der Fall ist. Das ist immer eine Gratwanderung. Eine Gratwanderung, weil diese Sicherung notwendig ist, weil die Bedrohungssituation, die abstrakte Bedrohungssituation in großen Städten, so auch Berlin, nach wie vor gegeben ist. Wir aber darauf achten müssen, dass wir mit den Sicherheitsmaßnahmen das Lebensgefühl in diesen Städten nicht beeinträchtigen. Die Europäische Union hat einen Call gestartet in Höhe von 100 Millionen Euro zur Sicherung öffentlicher Räume. Das Land Berlin wird sich Ende diesen Jahres, zum Ende diesen Jahres mit dem Berliner Alexanderplatz auf diesen EU-Call bewerben und insofern ist der Breitscheidplatz mit einer mobilen Sicherung ein Pilotprojekt. Es wird sich aber in den nächsten ein, zwei Jahren noch fortsetzen, dass wir öffentliche Räume, ich nenne hier einfach mal den Pariser Platz und ich nenne mal das Humboldt-Forum, um Beispiele zu geben, wovon ich rede, entsprechend öffentlich sichern müssen. Herr Oberlode, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Senator. Welches offizielles Gedenken plant der Senat denn dann für den zweiten Jahrestag des islamistischen Terroranschlages vom Breitscheidplatz am 19. Dezember? Herr Senator, bitte, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Oberlode, ich gehe davon aus, soweit ich informiert bin, dass am 19. Dezember abends eine Gedenkveranstaltung auf dem Breitscheidplatz stattfinden wird, ein stilles Gedenken stattfinden wird und gleichzeitig hat die Innenverwaltung eine Konferenz initiiert, die hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal stattgefunden, eine Antiterrorkonferenz, die jährlich am 19.12. in Berlin stattfindet, um unter Sicherheitsbehörden international zu verabreden, wie man zukünftig solche Terroranschläge verhindern kann. Die zweite Nachfrage geht an Herrn Abgeordneten Buchholz, bitte schön. Ich möchte den Senat fragen, wenn am 19.12. am Breitscheidplatz ein stilles Gedenken stattfinden soll, wird denn die Bundeskanzlerin auch dazu eingeladen? Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, wir sind natürlich in einem ständigen Austausch mit allen Ebenen der Bundesregierung und der einzelnen Verwaltung, auch auf der Bundesebene, wie wir würdevoll auch mit diesem 19.12. umgehen. Es ist ganz klar, dass alle auch immer eingeladen sind. Wir werden am Vormittag des 19.12. eine stille Kranzniederlegung haben dort am Anschlagsort und es wird auch der Opferbeauftragte der Bundesregierung mit dabei sein. Möglicherweise, das ist noch nicht abgeschlossen, wird es auch eine politische Vertretung dann geben in dieser Situation vormittags. Es wird abends dann, wie der Innensenator es schon angesprochen hat, es wird dann nochmal im Rahmen einer Andacht, im Rahmen eines Gottesdienstes natürlich auch diese besondere Situation und dieser zweite Jahrestag gewürdigt. Und den ganzen Tag über wird es Beratungs- und Gesprächsangebote für die Opfer, für die Hinterbliebenen auch geben. Und dieses, was ich Ihnen jetzt darstelle, ist schon in enger Abstimmung mit den Bundesbehörden, mit den Verantwortlichen auf der Bundesebene verabredet worden. Gegebenenfalls gibt es auch noch eine stärkere Beteiligung des Bundes. Ich selbst werde selbstverständlich bei dieser stillen Kranzniederlegung am Vormittag des 19.12. auch dabei sein. Vielen Dank. Damit sind die 60 Minuten für heute beendet. Sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Fragestunde ist damit für heute beendet. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 3, dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 181481 zur Volksinitiative gemäß Artikel 61 Absatz 1 der Verfassung von Berlin. Drucksache 181238, unsere Schulen. Hierzu Ersetzungsantrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.